Okidoki, es geht los. Ich hoffe, Sam kann man hören. Test, 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 test. Keiner hört. Hallo, hallo. Okay, bevor wir anfangen. Genau, bevor wir loslegen, Dankeschön an Rode, die mir diese wunderschönen Ansteckmikrofone zur Verfügung gestellt haben. Das sind Wireless Go 2 Mikrofone, die man einfach an ein Smartphone anschließt. Also den hier, den Empfänger, den schließt einfach am Smartphone oder an eine Spiegelreflexkamera an. Und die Dinger, die tragt ihr halt einfach. Einfach zum Anstecken und fertig ist man. Ich werde für zukünftige Projekte die Mikrofone natürlich auch benutzen. Oder wenn ich weitere IRL-Streams mache, Dankeschön nochmal Rode. Und falls ihr mehr über die Wireless Go 2 Mikrofone wissen möchtet, dann klickt doch auf den Link in der Beschreibung. Legen wir los. Also nochmal hallo und herzlich willkommen. Das hier ist die Rocket Beans Führung Nummer 2 hier bei mir. Wir hatten die letzte im Unigab. Das ist unser Trupp. Haut ja nochmal rein. Ich sag nochmal alle Hallo. Hallo. Hey. Freut mich. Und diesmal begleitet mich Sam dabei. Beziehungsweise wir begleiten Sam. Beim letzten Mal hat er eine Führung gehabt, die ich gemacht hatte. Willst du dich kurz vorstellen? Dann stellen wir uns alle mal kurz bei. Ich bin Sam. Hi. Was machst du hier? Ich mache Social Media hier. Und heute meine erste eigene Führung. Hast du ein Mikrofon wieder angemacht? Ja. Sehr schön. Cool. Genau. Und nehme ich heute mal mit und zeige euch, was hier so in unseren Labyrinthen versteckt ist. Cool. Wirth kennt ihr wahrscheinlich. Ja. Ich stelle mich trotzdem vor. Hi. 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 Ich bin Wirth. Ich bin Games-Redakteur hier und bin unter anderem auch Moderator und einer der Content-Creator aus dem Artist-Management von Rocket Beans Führung. Ja. Ich begleite heute Sam und ich begleite euch und freue mich drauf. Dann gehen wir mal los. Hast du noch Schlüssel? Ich habe einen Schlüssel. Ich habe auch meinen eigenen, aber ich habe keine Hosentasche, deswegen geht die jetzt wirklich so. Ja, das ist ein Privileg der Männer. Einfach eine Hosentasche zu haben, die einfach keine Deko ist. Ich habe inzwischen schon Röcke, die auch Hosentasche. Okay. Na gut. So. Wir befinden uns jetzt in der 9. Wir haben drei Häuser, die hier zusammenhängen. Die 9, die 11 und die 15. Wir können ja mal schnell hier rein. Hier ist heute nicht so viel los. Geht aber gerne mal alle durch. Haben wir alle da. Ich hoffe, die anderen, naja, wenn die noch kommen, wird sich schon irgendwie... Wie viele werden es denn heute sein? Wir waren eigentlich acht, aber zwei sind nicht da. Zwei sind nicht da. Ja, vielleicht kommen die ja noch. Genau. Wenn die klingeln, dann sagt Sarah bestimmt irgendein Bescheid. Ja, hoffentlich. Genau. Hier ist die Requisite, wo ihr gerade steht. Wenn ihr euch ein bisschen umschaut, seht ihr es ja. Hier ist der ganze Tüdel. Der ab und zu in die Sets geschaffen wird. Hier wird gebastelt. Hier wird kreativ alles fürs Set vorbereitet. Hier zum Beispiel ist der Star unserer Firma natürlich auch. Ihr kennt ihn vielleicht, den Frankenwaller. Also sowas wird hier alles gelagert. Genau. Da drüben ist dann die Technik. Die Technik nennt man das allgemein. Genau. Ihr könnt da wieder ein bisschen rumkommen. Da arbeitet normalerweise... Genau. Ihr könnt auch einmal rumschauen gerne. Da arbeitet normalerweise zum Beispiel Bengt. Der ist auch ab und zu ja schon mal bei Formaten dabei gewesen. Naja, selten, Kneipenquiz sowas. Genau da gehen wir hin, wenn wir irgendwas haben wollen. Wenn wir eine Kamera brauchen, wenn wir Kabel brauchen, wenn irgendwas gebraucht wird für irgendeinen Dreh. Dann kommen wir hier hin und leihen uns das quasi aus und bringen das dann dahin, wo wir es brauchen. Genau. War früher sehr chaotisch und mittlerweile sehr gut organisiert. Unter anderem als Bengt hierher kamen, haben wir schön die Kisten und die ganzen Schränke aufgebaut. Früher war es einfach ein Tisch, wo einfach alles raufgeworfen wurde. Also das ist schon... Ja, das ist ein Sportschritt. Das ist Kabelmanagement, das wir lieben. Und dass hier die ganzen Stative auch ihren eigenen Platz haben, das ist auch schon sehr, sehr fortschrittlich. Also hier war es früher auch so, dass hier hinten, also in dieser Stelle, wo ich jetzt hinzeige, da war noch eine Wand, da war hinterher noch so ein Büro und das hat dann Thaddeus eingerissen und daraus ist jetzt ein Großraum geworden. Also früher war es dann noch ein bisschen kleiner und ja, komplizierter. Aber jetzt ist schon alles viel cooler. Mögen wir so. Genau. Bisschen irgendwelche Fragen. Ah, und das hier ist auch noch ganz cool. Das ist auch sehr, sehr fortschrittlich. Also dort kann man die Sachen eintragen, die man ausgeliehen hat. Oh, das wusste ich noch nicht. Das ist aber wirklich ganz neu, oder? Das ist ganz fortschrittlich. Das ist Bank auch eingeführt. Also er kann dann immer gucken, ja, okay, wo sind die Sachen? Wer hat die gerade ausgeliehen? Hat Game2 die jetzt für den Dreh mitgenommen? Oder hat jetzt hier irgendwie eine andere Crew die Sachen mitgenommen? Da kann man das alles checken. Also organisiert sind wir mittlerweile. The future is now hier bei Rocket Beans. Das ist krass. Ja, the future is now. Also wir haben gestern auch unsere Wasserlieferung bekommen. Also ist hier ein kleiner Running-A-Gag bei mir. Ich nehme gerne Wasser von der Firma mit. Ja, es ist fantastisch. Leckerstes Wasser aber. So, wir gehen mal nach oben. Oh, nicht in den Keller? Willst du nicht in den Keller? Hast du da Empfang? Werden wir auch rausfinden. Na gut, wir gehen noch kurz in den Keller. Ja, kurz in den Keller. Das ist Requisite. Das ist leider nicht mehr so spannend, muss man sagen. Finde ich persönlich jetzt. Das Schloss ist offen, deswegen, da kann es auch rein. Ja, wobei, wir gucken erst mal hier rein. Ja, hier ist auf. Oh, ja. Genau. Das gehört quasi noch zur Requisite dazu. Also hier wird noch mehr Zeug gelagert, wie ihr seht. Und wenn wir irgendwas ausleihen wollen, fragen wir das bei der Requisite an. Sagen für ein Set, bräuchten wir mittelalterliche Schwerter oder irgendwelche Onesie-Kostüme. Oder Helme, Lampen, alles, was hier rumliegt, können wir uns theoretisch ausleihen, um ein cooles Set zu zaubern. Nice. Genau. Das ist auch viel ordentlicher, als es mal war, kann ich euch auf jeden Fall sagen. Ja, und hier. Hast du noch ein Funtback? Hier erzähl ich immer wieder, hier hat sich Gunnar versteckt, als er das erste Mal gekündigt hat. Beziehungsweise es gab einen Game-One-Einspieler, wo er dann aus dem Gerümpel wieder rauskam. Der wurde hier unten gedreht. Ah, ach so. Ja, hier hat Eduard Laser auch zum ersten Mal seinen Auftritt gehabt. Heels Off! Eduard Laser? Aber das ist unmöglich! Unmöglich ist mein zweiter Name! Eduard Unmöglich Laser? Aber das ist unmöglich! Genug! Ich befreie euch, denn Freiheit ist mir wichtig! Hier im Keller. Sogar ich lerne noch was bei dieser Führung, denn das kann ich euch alles nämlich nicht sagen. Wer die Game-One-Folge kennt, der weiß, Eduard Laser kommt hier reingetreten und hier saßen dann die entführten Geiseln. Also, Geburtsstunde des Eduard Lasers. Ihr steht auf Ground Zero, basically. Also, schon krass. Genau. Und viel mehr gibt es hier außer viel Kleinkram eigentlich nicht zu sehen. Oder willst du auch noch in die andere... Ja, in den anderen Raum muss man auch gehen. Na gut, wir gehen heute in jeden einzelnen Raum. Glück, dass ich doch auch noch da bin. Ja, warte. Genau, folgt mir ganz unauffällig. Folgt mir ganz unauffällig. Hier sind noch mehr Sachen. Noch mehr Klamotten, noch mehr Requisite. Sehr viele Pokémon, die unter anderem aus dem Pokémon-Let's Play geschickt wurden, als Ede hier Pokémon gespielt hat. Bisschen eng hier. Und hier ist auch der Keller, in dem zum Beispiel so ein After Dark stattfand oder Krogi und Micha spielen Gothic. Das ist alles hier im Keller gewesen. Also, Jugendzimmer auch? Also, Jugendzimmer war auch unter anderem... Jugendzimmer ist überall gewesen. Aber ja, du hast vollkommen recht. Jugendzimmer ist auch zum Beispiel hier gewesen. Also, das hier hatten wir unter anderem früher auch als Studio benutzt. Aber dann kamen die Leute vom Arbeitsschutz und meinten da so... Leute, hier kann man nicht arbeiten. Aber wie gut das hier gedämmt ist, wie gut der Sound klingt, wenn du gerade redest. Das ist Hammer. Ich habe hier noch nie jemanden reden hören. Ja, weil hier unter anderem auch mal eine Tonkabine war. Ja, es macht Sinn. Klar, man sieht es ja. Hier saßen wir auch irgendwann mal zusammen und haben... Oh Gott, jetzt muss ich ja überlegen. Jahresabschluss Podcast 2018 oder 2019 aufgenommen. und da, wo du gerade stehst, Sam, da in dem Raum nebenan, da war früher auch die Tonkabine. Naja, hier ist jetzt ein großer Server auf jeden Fall und sehr, sehr viel Panzer und Duct Tape. Also, falls das mal jemand sucht, weiß ich jetzt auch Bescheid. Also, Panzer und Duct Tape oder Panzer-Duck Tape? Ja, genau. Also, Panzer... Wie heißen die denn alle? Kreppband? Ja, Duct Tape. Genau. Also, es gibt verschiedene Arten von Klebeband, sagen wir so. Es ist hier mittlerweile nur noch ein Lager. Also, wir dürfen das gar nicht mehr als Studiofläche benutzen. Schade eigentlich. Na ja, mein Gott. Es ist im Sommer hier, aber es ist ja schön kühl. Und hier war auch mal eine Couch. Ab und zu hat ja jemand gepennt. Ja, gut. Kann gerne weiter. Gut, weiter geht's. Ach ja, falls du fotografieren möchtest oder so, feel free. Ja, ja, das Getränkelager. Sehr wichtig, sehr wichtig. So, Mo, dann gehen wir jetzt einmal erst ganz nach oben. Ganz nach oben müssen wir gleich erst mal checken, Sam. Da ist gerade Game Two am Drehen. Oh. Also, im Kaminzimmer. Musst du mal kurz vorsichtig klopfen und fragen. Ja. Na gut, wartet mal kurz hier vielleicht. Jetzt ist es wahrscheinlich, dürfen wir da doch nicht rein. Hallo. Ah. Gut. Ich störe mal nicht weiter. Ich habe gerade Führung und dachte, hier könnte man rein. Aber ihr mal. Ja gut, ihr dürft alle mal kurz reinkommen. Und jetzt springt das Ganze. Ja. Genau, rückt gerne einmal kurz durch. Ich gebe dir mal wieder die Kamera. Moment. Genau, kommt rein, kommt rein. Ihr seid jetzt in der Folge. Alter. Das ist ein volles Haus hier. Genau, hier macht Game Two scheinbar gerade sehr wichtige Meetings. Dreh. Dreh-Meeting. Ach so, ein Dreh-Meeting. Ich nehme das Meeting auf. Also, sprecht mal kurz sein. Gut. Ja. Na ja, gibt es irgendwelche brennenden Fragen, die ihr Game Two schon immer mal stellen wollt, zum Beispiel. Jetzt ist die Chance. Ja, wirklich. Hier war auch ja mal ein Studio, da, Sofa-Ecke, hier sehr oft irgendwelche Sachen gedreht. Terratil unter anderem. Hier war zum Beispiel Edat Pokémon gespielt. Da war der große Fernseher. Mit dem legendären Shiny-Moment. Das, was Ian heimlich aufgenommen hatte? Nee, das war nicht heimlich. Heimlich war das nicht so schön. Nee? Ja. Das wirkte so heimlich. Hier war Jugendzimmer. Hier war Jugendzimmer. Einmal? Zweimal? Dreimal? Da oben hat Andi Strauss sich mal versteckt. Da hinten im Eck hat Gregor sich mal versteckt. Also hier kann man sich auf jeden Fall noch gut in irgendwelche Ecken verkriechen. Riecht man nicht mehr. Ich glaube, er war angezogen. Ach ja, und da ist das Grafikerbüro. Also früher sind die Leute ja immer hier hin und her gegangen bei den Let's Plays. Also wenn ihr mal Hannes oder so gesehen habt, dann ist er immer dort in das Büro hingegen. Ganz früh haben wir Budi, Simon, Etianoniz gesessen. Oh, und deswegen heißt es das Elfenbeinbüro. Schlau, ne? Ja, schon viel passiert hier. Jetzt ist das aber einfach nur ein Meetingraum. Außer wenn Game Two da gerade dreht. Hier machen können wir einen schönen Mittag machen. Oder sich so mal zusammen. Das ist ein Meeting, was ihr macht. Wir haben ein Fake-Meeting. Fake-Meeting. Alles real. Wenn ihr Fragen habt, ruft sie einfach an. Ja, stellt die ruhig, stellt die ruhig. Ist auch ganz schön, dass ihr einfach so in der Mitte steht. Alle ringsherum. Ja, los komm, stellt die Fragen. Gar keinen Druck. Ja, mein Gott, das ist ein Hexenkreis. Wir werden gleich alle verbrannt. Was soll ich sagen? Nein. Ja. Ja, einmal die Woche trifft es eine Führung und ihr seid leider auserwählt jetzt. Von daher. Naja. Ne, aber ansonsten können wir ja nochmal weiterschauen, wenn grad nichts Brennendes ist. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei eurem Fake-Meeting. Ja. 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 Ach ja, die sind ja süß. Lass euch nicht stören. Sorry. Cool, cool, cool. Hier ist mal nur Fernsehraum. Und hier ist gute Laune. Hallo, kommt alle durch, kommt alle durch. Haben wir alle? Ja. Ich bin wieder da. Genau, hier ist der Schlauch, AK, das Schlauchbüro. Der Partyschlauch, genau. Hier wird oft laut Musik gehört. Was ich sehr gut finde, das passiert in der Redaktion nicht oft, weil da immer irgendwie ein Call ist. Genau, das hier ist ja auch schon uralt. Hier haben früher die ganzen Anfänger bei Rocket Beans alle zusammengepfercht. Ich muss trotzdem bitten, kann man die Musik ausmachen, das ist gerade noch im Stream. Deswegen, ich möchte hier keinen Strike bekommen. Sorry, bin ich die Spaßbremse. Ja, schön, die PPM-Musik. Genau, wie gesagt, früher saßen hier alle zusammengepfercht noch. Das war mit Kallax-Regalen abgetrennt und ich weiß gar nicht, wer war das noch alles damals? Also ursprünglich saß die gesamte Firma hier am Anfang und danach wurde es ja aufgeteilt und dann saßen erst mal niemand hier. Da haben wir so, oh, viel Platz. Und dann waren erst mal nur Kabel hier. Und dann saßen erst Marco, Robin und so weiter. Die Social-Media-Abteilung saß dann hier. Und hier wurden auch sehr viele Mini-Matzen und so weiter gedreht, die dann halt als Teaser benutzt wurden, unter anderem. Genau, und jetzt ist hier... Die Technik. Achso, die Technik, genau. Ja, nochmal. Zweiter Part von mir. Wollt ihr erzählen, was ihr macht? Janis möchte mal... Set-Technik. Felix, erzähl mal. Willkommen in der Technik. Wir machen die technische Planung und die Durchführung unserer externen Events. Wenn ihr zum Beispiel an einen Far Away denkt oder an einen Game-Atlon, das hat der Janis hier letztens gemacht, dann geht man da auf die Location-Besichtigung, guckt sich das an, überlegt sich das, holt sich da Infos intern aus Ton, aus Regie, aus Inhalt. Und dann versucht man da die ganze Technik zusammen zu karren, das zu planen, geht mit den Leuten vor Ort hin, baut das auf, betreut die Sendung, packt wieder alles ein, gibt es zurück, lagert es hier wieder ein. Das machen wir, ein bisschen IT machen wir auch, so in-house. Alles, was so ein bisschen anfällt. Wenn dein Drucker nicht funktioniert, landen die genauso hier, wie wenn die Kamera nicht geht. Ja, das machen wir. Wenn Johanna mal wieder aus Versehen das ganze Internet auf dem Server lädt oder sowas, dann ist auch die Anlaufstelle. Genau, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, immer einfach reinrufen. Jetzt ist eure Chance. Dann haben wir hier die Sarah und hier ist das kleine Beruf im Office-Management. Die kümmern sich eigentlich um alles, was hier vor Ort so ansteht, um unten die Tür aufmachen, wenn es klingelt, um Pakete, um alles zu verteilen. Beziehungsweise willst du einfach selber erzählen, was du so machst, wenn schon jemand hier ist? Sorry. Genau, ihr könnt auch, kommt einfach noch ein bisschen rein. Es ist halt überall eng, aber da müssen wir jetzt durch. Ja, alle reinkommen. Ja, wir machen hier halt eigentlich so das Rundum-Sorglos-Paket, gucken, dass alle happy sind, dass alle versorgt sind, dass Materialien da sind, die wir brauchen, was bestellt werden muss, dass das da ist, wenn ein Auto gebucht wird, dass wir die Leute damit versorgen. Oder wenn irgendwer was auf dem Herzen hat oder mal sprechen möchte, da sind wir auch gerne für da. Also wenn ihr gerade ein Problem habt, jetzt ist das euer Fonds. Bitte, jetzt ist das Therapiezimmer. Genau. Und ja, kümmern uns halt, dass das Office gemanagt wird quasi. Genau. Rundum-Sorglos-Paket haben wir bei euch gebucht nämlich. Ja. Genau. Cool. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Und Schluss glücklich. Na gut, dann sehen wir mal weiter. Danke dir. So, dann hier drüben ist noch die Regie 2. Das ist die kleine Regie, die wir hier haben. Hier könnt ihr auch einmal kurz reinkommen. Kleiner Funfact noch, der Lichtschalter war ursprünglich auf der anderen Seite. Und durch das Anschauen, genau. Und mittlerweile haben wir es geschafft, dass der Lichtschalter auch hier ist. Quasi jede Sendung, die entweder bei uns im Studios oder auch wenn wir im Millentor-Stadion bei Kongster sind, egal was, Fußball, Golf. Im Endeffekt wird alles in diese Regie reingespielt. Wir gehen gleich auch noch in die Große und gucken uns das da an. Hier sitzt immer der Tonmensch mit den vielen Reglern, um alles hin und her zu schalten. Da ist der Bildmischer mit den bunten Knöpfen. Und da sitzt dann wahrscheinlich meistens die Redaktion. Habe ich wen vergessen? Irgendein Redakteur sitzt da. Genau, meistens sitzt dann hier ein Andreas oder eine Johanna, die dann nochmal sagen, oh, Andreas, jetzt hör auf zu quatschen, mach mal ein bisschen schneller. Sowas in der Richtung können die dann mit diesem schönen Mikrofon hier durchgeben. Genau. Das ist halt einfach, wo wir sagen, Gott muss mit uns reden oder Gott gibt uns ein Signal. Das ist dann die Person, die dann dort sitzt. Genau, wenn irgendjemand einfach ins Format reinquatscht aus dem Off, dann ist das auf jeden Fall die Regie, die hier gerade gemütlich sitzt und irgendwas zu meckern hat meistens. Genau. Und dann werden hier die ganzen Sendungen betreut. Ist jetzt leider alles aus. Vielleicht haben wir drüben mehr Glück und da sind ein paar Bildschirme an. Habt ihr soweit Fragen zur Regie? Gut, dann gucken wir das drüben nochmal schnell an. Vielleicht leuchten da noch ein paar Knöpfe. Und wenn du noch Funfact hast, die ich nicht mehr kenne, ne? Ich muss gerade überlegen, Funfact-mäßig. Also hier hatte irgendwann mal Miri auf dem Boden, wie wir sehen, der ist recht neu. Der war mal eine Zeit lang grün, weil Miri da ein Segel für ein Pen & Pepper, ich glaube, das war für Beards, angemalt hat. Und da war die Farbe noch, die konnte man nicht irgendwie ganz wegbekommen. Aber ja, der Boden ist komplett neu. Wir hatten früher hier viel, viel schlimmeren Boden. Das war eigentlich der Geheimplan, alles hier in einen Greenscreen-Raum zu verhandeln von Miri wahrscheinlich. Aber dafür haben wir einen extra Raum, den seht ihr gleich. Das stimmt. Weiter geht's. So, das war jetzt quasi das Haus 9. Jetzt gehen wir rüber in die 11. Das heißt, wir sind jetzt in einem anderen Haus mit einer anderen Hausnummer. Und kommen hier. Ach, ist leider auch alles aus. Aber ja, hier ist nochmal die zweite Regie, wo normalerweise ganz viele Sachen produziert werden. Schade. Na gut. Hier legen zum Beispiel Wehrwolf-Kärtchen rum. Also was man nicht alles so findet, wenn man mal hier rumschaut. Ach ja, das ist die Hauptregie sozusagen. Die Regie, die wir am meisten benutzen. Die andere Regie, die ihr vorhin gesehen habt, das ist die, die über die Jahre dann erst dazugekommen ist. Weil Problem war zum Beispiel, wir hatten früher nur die Möglichkeit, eine Sache gleichzeitig zu machen. Genau, komm ruhig auch nochmal rein. Willst du mal kurz halten? Ja, klar. Okay, also es war zum Beispiel so, dass wir hatten früher ja mehrere Produktionen parallel gehabt. Das heißt, wir hatten live ausgestrahlt und wir hatten in der gleichen Zeit dann auch Sachen aufgezeichnet. Und wenn wir zum Beispiel, wir hatten Weekly Wahnsinn produziert, dann brauchen wir die Regie hier. Aber was ist mit dem Live-Content? Wie wird das dann gemacht? Da saß dann immer eine Person mit Laptop und allen Equipment dann da vorne und hat das dann umgestellt. Das war dann sehr umständlich und nicht sehr hilfreich. Deswegen haben wir irgendwann die zweite Regie aufgebaut. Das heißt, man konnte mal eine vollwertige Live-Produktion machen und auch vollwertige Aufzeichnungen dann parallel machen. Und deswegen gibt es dann noch die zweite Regie dafür. Beziehungsweise, wenn mehrere Sachen direkt hintereinander live sind, schalten wir ja auch manchmal zwischen Regien hinterher, damit die drüben sich schon auf alles vorbereiten können, die ganzen Programme einstellen, alle Grafiken und so schon mal reinladen, als dass wir das dann in einer fünfminütigen Werbepause alles irgendwie umswitchen müssen. Genau, und hier war es auch ein bisschen charotischer, ein bisschen anders aufgebaut. Ihr seht hier, wie die ganzen Kabel durchgeführt werden. Also, das haben alles die Power-Menschen in der Technik gemacht. Das haben sie alles in einer Woche gemacht, auch am Abend, weil tagsüber dann noch Produktionen stattfinden mussten. Kleine Trivia am Rande. Ich glaube, wenn wir hier irgendwann mal ausziehen und eine andere Firma gehen oder ein anderes Gebäude, hier wird alles zusammenfallen und auseinanderfliegen. Guck mal, wie viele Löcher hier einfach reingemacht wurden. Ich glaube, das sind mittlerweile das tragende Kabel. Muss man so sagen. Also, ihr seht die überall, ihr seht die auch draußen. Also, die müssen ja verbunden werden, die verschiedenen Gebäude. Es ist absurd, wenn man darüber nachdenkt. Ja, es ist auch jedes Mal, wenn wir da drüben irgendwie Internet auf einem von den Fernsehern in der 15 haben wollen, dann ist das wirklich ein Riesenakt, dass das hier alles irgendwie zusammenlaufen muss und wie man das da jetzt rüberbekommt. Also, ich will kein Techniker sein, frage ich auch mal ehrlich. Aber ich bin froh, dass sie wieder da waren. Aber props an die. Trotzdem haben die es alles sehr gut zusammengebaut. Also, früher war alles so ein bisschen chaotischer, alle auf dem Boden und so weiter. Da weiß man nicht so, welches Kabel ist welches. Jetzt ist es richtig organisiert und ich finde es echt cool, was sie hier gemacht haben. Also, es sieht schon ordentlich aus. Ja, viel besser, viel mehr Platz. Also, früher war es wirklich sehr eng und kuschelig, sage ich mal. Ja, und es gab keinen Ventilator hier. Auch eine Verbesserung. Auch eine Verbesserung. Gehen wir nochmal drauf. Gut. Okay. Willst du wieder? Mach du mal weiter. Dann gehen wir nochmal weiter. Genau, hier ist der offizielle Empfang, wo natürlich nicht mehr so viele Leute reinkommen, aber vielleicht kennen es einige noch. Hier saß Lisa früher auch immer, denn hier drüben ist ein Meeting. Wissen wir denn? Also, ich sehe zumindest Leute. Naja, machen wir mal lieber nicht, aber hier ist das Heino. Das heißt Heiko und Arno, unsere beiden Geschäftsführer, haben da ihr Büro und jetzt gerade, naja, im Endeffekt ist es auch nur ein Büro, also es ist jetzt nicht so mega spannend. Genau, hier könnt ihr euch was mitnehmen, das ist alles zum Verschenken. Schaut euch das gerne an, keine falsche Scheu. Ja, machen wir, wir gehen erstmal weiter in die Küche. Die Küche, die sehe ich jetzt echt fantastisch aus. Also das wurde jetzt auch innerhalb unserer Gamescom-Zeit jetzt von Laura, Lydia und vielen anderen Leuten, Bangt, Eduard und so, die dann hier in der Firma geblieben sind, haben sie das hier alles umgebaut, umstrukturiert, nochmal neu gestrichen und so. Bei Nerds & Herds, vielleicht kennt es noch jemand, diese grässliche grüne Wand, wurde jetzt ein bisschen aufgehübscht, aber das war vorher alles hier und ist auch viel geräumiger und viel schöner einfach geworden. Da wurde viel ausgemistet und wegsortiert und angepasst. Genau, das alte Nerds & Herds wurde noch hier produziert. Genau. Und ja, das neue werdet ihr gleich sehen, war jetzt im anderen Studio, das, wo du ja teilgenommen hast mit Johanna. Das stimmt, aber das sehen wir, glaube ich, also ist ja nicht aufgebaut. Ist nicht aufgebaut, aber da ist es eine Spiegelinterview. Genau, da schauen wir noch rein. Genau, hier haben wir die Ampel, wenn hier quasi Aufzeichnung ist, leuchtet die rot und dann müssen hier alle ganz leise sein, damit man da nichts hört, aber jetzt gerade ist, auch wenn das hier, da ist keine Aufzeichnung. Ne, ist keine Aufzeichnung, es ist als wenn die Regie... Genau, dann wäre die Regie nämlich am Laufen. Dann können wir mal in das erste Studio gehen. Wo es gerade Stockbooster ist. Eine Sekunde. Wird, weißt du, wo das Licht dann geht? Die haben hier auch umgebaut. Ah ja, wie many more ist man das? Oi! So, bisschen Licht. Na gut, hier ist leider auch heute... Hast du Licht, Schallhofen? Oh, ich hab einen gefunden. Hat nicht wehgetan. Ja, das andere kriegen wir wahrscheinlich nur über die Regie an, ne? Scheiße, heute ist leider niemand da. Aber kommt erstmal alle rein. Genau, auch hier wurde kürzlich umgebaut. Hier haben wir jetzt ja diese große Studiofläche, auf der ihr jetzt gerade auch steht. Da findet jetzt Löffelmesser Gebel statt, da ist das Almost Daily. Da sind oft auch Pen & Paper Produktionen, wie jetzt zuletzt das mit Anni the Duck. Keine Ahnung, die Namen fallen, aber genau. Das von dem EA-Spiel. Im Namen des Chats war ich genau... Last Beans Standing. Last Beans Standing war auch hier, genau. Also sehr viele Produktionen werden jetzt auf dieser schönen großen Studiofläche gemacht. Einfach weil es ein bisschen geräumiger ist als alles andere. Vorher war ja hier irgendwie das Fight-Set und da noch irgendwas anderes. Kino Plus. Kino Plus oder so. Kino Plus. Ja, aber wir können ja noch weiter zurückgehen. Also ursprünglich war hier zum Beispiel diese Ecke, falls ihr es noch kennt, war Game Plus Daily, wo die ganzen Tische waren. Tisch 1, Tisch 2. Dort war der Platz für die Anmoderation und dort war der Arcade-Tisch. Und hier war dann immer Moin Moin. Da war dann Moin Moin, Kino Plus, Bada Binge und so weiter. Moin Moin, ja, das war Zeit halt. Und wenn man noch weiter zurückgeht, den Raum, den ihr vorhin gesehen habt, die Regie, den gab es vorher nicht. Die Regie war früher hier hinten. Das heißt, die Leute, die in der Regie gearbeitet haben, mussten immer flüstern oder sehr, sehr leise sein. Weil die Sendung ja hier um die Ecke ja dann aufgezeichnet wurde. Und das war auch so ein Hässel. Also das ist ja auch alles neu dazugekommen. Beziehungsweise, nein, es ist auch schon sechs, sieben Jahre her. Also die Regie da, die ist noch nicht lange. Die war früher auch im Büro. Genau, aber wie gesagt, trotz der großen Studiofläche, wie wir sie jetzt nennen, ist es natürlich immer noch sehr mini klein. Und wir müssen halt trotzdem für jede Show, Kino Plus wird reingeräumt, dann wird es abgebaut, dann muss Almost Daily rein, dann muss das, 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 das. Also es wird hier jeden Tag sehr viel hin und her geräumt. Man sieht auch da hochkant stehen die beiden Sofas, die bei Kino Plus zum Beispiel benutzt werden und dann versucht man auf dem kleinsten Raum, den wir hier haben, alles so hinzuschlichten, dass man schnell alles hin und her räumen kann. Genau, also es muss alles modular sein, alles muss immer auf- und abgebaut werden. Deswegen ist die Gefahr natürlich auch hoch, dass Sachen kaputt gehen. Und dementsprechend haben jetzt unsere Setleute dann ein Set gebaut, was dann halt einfach steht und halt einfach nur Kleinigkeiten rein- und rausgeschoben werden, damit das dann schnell umgebaut wird und viele Sachen dann nicht kaputt gehen. Also hier hinter seht ihr dann auch noch das Fenster. Ja, genau. Genau, hier ist das Fenster und das sind dann zwei große OLED-Fernseher, die dann hochkant aufgestellt werden und von der Regie dann einfach bespielt werden. Da kann dann einfach irgendwelche Szenarien dann abgespielt werden. Und ja. Genau, weil dahinter kann man nämlich auch lang. Hier ist zum Beispiel eine kleine Tür, wo man sich theoretisch... Ah, pass auf, pass auf, Licht, 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 Licht. Sehr gut. Okay. Ich wollte nur zeigen, dass es aufgeht, mein Gott. Ja. Ich hab doch alles im Blick. Ja. Guck, guck, guck. Genau, dahinter hatte Johanna sich auch bei... Wo sind die alle mal versteckt? Ah, ja. Wurde aber als erste gefunden. Dort wurde sie als erste gefunden. Ja. Ah. Naja, bisschen Glück spielt ja auch mit rein. Genau, und hier haben wir das Talkset noch. Das ist natürlich auch multifunktional wie alle anderen. Hier haben wir diese schönen Platten, die halt je nach... Das hier ist jetzt Game Talk. Und dann kann man das immer schön rein und raus nehmen. Je nachdem, was man gerade für einen Hintergrund haben möchte. für welches Set, Bundesliga, wie auch immer. Genau. Fragen zu den Sets bisher. Und Schluss glücklich. Okay. Genau. Diese Monitore, die ihr seht, das sind dann immer Einblendungen für uns Moderatoren. Also unter anderem wird hier der Chat angezeigt. Und auch dann hier zum Beispiel eine Uhr, wo dann steht, okay, 15 Minuten noch, dann ist Werbung. Oder diese Anmoderation wird gebraucht. Deswegen ist es dann immer so, wenn wir da sitzen, gucken wir mal da nach vorne. Und das ist halt der Chat. Beziehungsweise das sind dann halt die ganzen Commands, die dann aus der Regie kommen, die dann, wie Sam von gesagt hat, die dann halt von der Person da sitzt, die da redaktionell drauf sitzt. Macht jetzt endlich Schluss, wir wollen Feierabend machen. Genau, sowas zum Beispiel. In der Richtung kommt dann ein Rot und drei Ausrufezeichen manchmal. Und dann blinkt das auch die ganze Zeit so auf. So alarmmäßig. Cool. Ist aber meistens nicht nötig. Sind ja alle... Profis. Profis, genau. Profis. Profis sind wir. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal eine Etage höher. Oder zwei. Machst du Licht aus wie jetzt? Äh, ja. Wo ist denn der Lichtschalter? Äh, außen. Außen? Ja. Ach ja, da. Auf jeden. Ach ja, genau. Hier noch Funfact. Früher war hier keine Tür, hier war nur ein Vorhang. Also richtig geil. Die Türen gingen immer auf und zu. Es war immer laut. Und das hat Thaddeus dann irgendwann auch geändert. Thaddeus MVP, muss man so sagen. Ist er wirklich. Das kann man nicht anders sagen. So, hier macht es auch gar keinen Sinn, dass ich vorlaufe. Denn ich habe keinen Schlüssel, um euch gleich hier irgendwo reinzulassen. Aber das wird wir dann gleich machen. Ich habe keinen Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel. Ja. Wo gehen wir als erstes hin? Ich würde sagen, es ist Gaming Area, oder? Gaming Area, okay. Gaming Area. Oh, ist da Licht? Ist da aber niemand zu sehen. Doch, irgendwer ist da. Bereitet irgendwas vor? Ich glaube, das sieht das. Ah ja. Hallo, wer? Ja. Hallo. Hallo. Wir haben eine kleine Führung dabei. Es ist die 5 Uhr Führung, meine Kerle. Kommt hereinspaziert, hereinspaziert. Hallo. Was macht denn ihr da? Ich muss für den Vorschlagabend testen. Was musst du testen? Lobby. Steuern und Steuern und Steuern und Steuern und Steuern. Und was noch? Und Lobbys und Steuern und noch mehr Steuern und noch mehr. Cool, ich sehe, du bist begeistert von deinem Satz. Ich sehe, du bist begeistert von dem, was du gerade machst. Ja, ihr habt es schon gesehen. Hier ist das Game 2-Set. Macht erst mal schön Fotos, so viele ihr wollt. Macht so viele Fotos, wie ihr wollt. Das ist kein Problem. Das ist ja auch unsere Touristenattraktion. Könnte man so sagen. Ja, auf jeden. Genau, das ist eins der wenigen Sets, das immer so hier steht, weil diese ganzen Würfel an und ab kleben, wäre ein bisschen aufwendig für jede Aufzeichnung, die ja jede Woche tatsächlich auch stattfindet. Von daher findet man das eigentlich immer schön hier vor. Zum Glück auch schön beleuchtet. Also wie gesagt, wenn ihr noch rein wollt, ein Foto machen wollt, schnappt euch die Hocker und macht das. Die Chance ist nur einmal da, außer ihr kommt nochmal zu einer Führung. Genau, das hier ist ursprünglich, also ganz, ganz früher, 2016, war das hier noch die Social Media Abteilung, das Channel Management etc., die saßen alle hier. Und auf dieser Seite waren dann halt so Arbeitswürfel, also ich weiß nicht, wie man die nennt, aber so Office-Würfel, Office-Cubes, wo die Leute dann drin sitzen konnten, Meetings abhalten können. Ich habe genau hier in dieser Ecke, da gab es einen Office-Cube mit einem großen Tisch, da hatte ich mal ein Bewerbungsgespräch gehabt. Hier war eigentlich ursprünglich auch noch eine Küche. Das wurde alles abgerissen, nachdem dann Expert dann diese Area gesponsert hat. Also das, was ihr in der Ecke seht, das ist unsere Gaming-Area. Inklusive den beiden, die sind da auch mitgekommen bei dem Sponsoring. Ja, genau, die haben wir, oder auch Six-Area genannt, weil hier sechs PCs standen und dahinter dann noch die ganzen Monitore. Das ist auch modular aufgebaut, sodass man dann auch weitere Tische und Monitore, Rechner und so weiter anschließen kann. Zum Beispiel, wenn es SIF ist, dann sitzen ja mehr als nur sechs Leute, dann sind es ja zehn Leute, dann einfach nur ranstöpseln, ranklatschen und, ja, sitzen dann hier zehn Leute. Kameras werden hier hochgebracht, früher waren hier auch noch mehr Lampen, also jedes Mal, wenn die Sendung gestartet hat, war ja immer so ein Strobo-Licht, kann mich noch daran erinnern. Ist zum Glück jetzt nicht mehr so. Das Green kam dann auch mit Game Tool, also alles so September, Oktober 2016. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das das verflixte Klicks-Studio. Ja, genau. Und, ja, ist das. Ich muss ja auch wieder sagen, wieder Respekt an unsere Requisiten und so weiter, dass wir das immer schön sauber halten, beziehungsweise dies sauber halten, weil das ist ja auch alles schon mal ein bisschen anders aus. Jeder kommt hier mit seinen Straßenschuhen rauf und da kann man machen, was man möchte, aber dass wir das jetzt immer noch so heil haben, muss ich sagen, ist nahezu ein Wunder. Obwohl Sie doch kurz sind, ein Green machen, ein Foto vom Green machen. Genau. Ihr könnt auch gerne euch noch mal reinstellen und da Fotos, ihr könnt euch auch mal gucken. Ein Foto vom verflixte Greenset. Hä, ja. Wir hätten den Frankenweiler vielleicht mitnehmen sollen. Du kannst auch sagen, das ist das Set von Marvel Cinematic Universe, also das ist doch alles in Green mittlerweile. Das stimmt. Genau, aber auch wenn ihr euch hier noch mal hinsetzen wollt, hier sind schon die Lenkräder, weil Donnerstag wird ja Vorsa gespielt, also feel free, ihr dürft alles einmal anfassen. Genau, was kann man hier noch dazu sagen? Kann ich noch dazu sagen. Naja, ich glaube, das war es eigentlich. Da hinten sind noch coole Toiletten. Ich habe beim letzten Mal einen Toiletten-Tierliss gehabt und ich habe heute von Miri erfahren, es gibt noch eine geheime Toilette, die niemand kennt. Aha, wo denn? Ja, siehst du, sage ich dir nicht. Das ist ja geheimnisvoll. Aber ist das die... Nein, das ist nicht die. Okay. Sind wir schon dran vorbeigelaufen? Nein. Hm, ist sie in der Amanda? Nein, das ist sie. Ich dachte auch, die wäre in der Amanda, aber die ist nicht in der Amanda. Hm. Nächstes Mal... Ist sie hier oben? Nein. Okay, ja gut. Wer sage jetzt? Gut. Weiter habe ich alle Räume durch. Ohrflau, Sven, fragt gerade, habe ich mir gerade Klicks gehabt? Ja, hier, das ist das Flickse-Klicks-Set. Man sieht es doch. Man sieht doch, dass es das Set ist. Nichts sonst wird im Green gedreht. Es ist einfach so. Einziges Format. Genau. Was können wir noch erzählen? Ich bin sehr gerne hier, weil es schön klimatisiert ist. Stimmt, hier ist es wirklich immer schön kühl. Also es gibt ja noch andere, wie soll ich sagen, Sets von uns, die sind zwar auch klimatisiert, aber hier ist es irgendwie am angenehmsten. Weil es halt ein bisschen geräumiger ist als die ganzen anderen kleinen, wo wir gerade schon lange gestromert sind. Na gut, habt ihr alle Fotos gemacht? Seid ihr alle happy? Ja. Gut. Schön. Weiter geht's. Jan ist am Start. Hä? Jan ist am Start. Ja, liebe Grüße. Ja, liebe Grüße, ne? Ja. Okay, warte, du musst halten. Ja. Die Tür aufmachen. Äh, schwindet man das nochmal. Schwingender Wechsel. Nee, fliegender Wechsel. Fliegender Wechsel. Genau, geht erstmal alle durch, gerne. Tschüss. Okay, soll ich weitermachen? Willst du weitererzählen? Oder soll ich erzählen? Willst du erzählen? Du erzählst, ich ergänze. Ja, ich fange erstmal an zu erzählen und du ergänzt dann. Wie wäre das? Ja. Ist denn überhaupt jemand hier? Ach ja, hallo. Genau. Hier sind erstmal Paul von der Aufnahmeleitung und Max. Max ist im Call? Max ist im Call. Max kann nicht sagen, was er macht. Max ist producing. Der hält quasi alle Stringen zusammen und regelt, dass unsere ganzen Events glatt gehen und checkt mit allen Gewerken zwischen, dass alles läuft, dass das geldtechnisch alles passt, guckt sich die Locations an. Also so ein bisschen der Fädenzieher, der alles irgendwie in der Hand hat und guckt, dass es alles funktioniert, wie die Gewerke zusammenarbeiten. Paul, willst du erzählen, was du gerade so machst oder allgemein? Gib ihm das Mikro. Hä? Oh. Soll ich da jetzt reinsprechen? Hi. Es wird gespielt. Hi. Ja, hi. Ich bin Paul. Ich bin bei uns Aufnahmeleiter. Ich bin so für das Tagesgeschäft auch für die Events zuständig. Ich plane die mit Max und mit dem Producing meist zusammen. Also geht es darum, Dienstpläne zu schreiben. Wer ist die betreuende Crew? Wann muss die Crew welches Meeting haben? Wann schaut sie sich die Location an? Was müssen die aufbauen? Wann haben die Pause? Wann fährt welches Auto wie wohin? Wer ist der Fahrer zum Beispiel? Das sind solche Detailfragen, die wir dann klären. Dann machen wir einen ganz großen Plan draus. Das ist eine Dispo, die dann rausgeschickt wird und alle, damit jeder weiß, wo muss ich sein? Wer oder was mache ich da überhaupt? Wer bin ich vielleicht, wenn ich das vergessen haben sollte? Wann mache ich eine Pause? Und was muss ich vielleicht beachten? Muss ich zum Beispiel Sicherheitsschuhe tragen? Muss ich Handschuhe tragen? Gibt es irgendwelche anderen Vorschriften? Sonnencreme? Was weiß ich, weil es 35 Grad sind draußen und die Sonne ballert. Das mache ich so als Aufnahmeleiter und eigentlich in dem Team, die hier noch mit sitzen. Aber die sind heute alle im Homeoffice oder nicht da? Ja, und das ist es eigentlich. Sonst Fragen dazu wahrscheinlich nicht. Doch, doch. Doch, doch, ganz viele. Aber ihr dürft fragen, so ist es nicht. Hey, danke dir, Paul. Sehr lieb von dir. Genau, dann haben wir hier noch ein... Oh! Das ist gerade sehr herrlich. Das hier ist das... Ich will trotzdem reinschauen, wir gehen hinterher. Das ist auch kein Problem. Wenn hier niemand ist, umso besser. Genau, hier war bis vor kurzem das Team, das das ganze Kika-Ansage-Projekt betreut hat. Und jetzt ist hier, glaube ich, einfach ein freier Raum, wo man sich einbuchen kann, wenn man ein bisschen seine Ruhe haben möchte, wenn man irgendwie einen Call hat oder so. Meeting-Raum, genau. Meeting-Raum, ja. Käufer, also wenn ihr damals noch die News gesehen habt, so zwischen 2016 und 2018, das heißt, hier sind wir dann immer rumgerannt. Hier kam die Redaktionsleitung, hier haben wir denen was fragengestellt. Dort war dann die Redaktion für Show- und Light Entertainment und Gaming-Redaktion. Wir saßen alle hier oben gefecht und hier, das war immer so ein ganz spezieller Raum. Das war erstmal ein Abstellraum, dann war es dann doch wieder ein Büro. Dann war erstmal nichts, weil man dann feststellen musste, okay, wer da sitzt, dem geht es nicht gut. Der wird schnell depressiv, weil da kein Fenster ist. Und dementsprechend wurde irgendwann mal noch ein Fenster angebaut, damit dann auch da jemand sitzen kann und arbeiten kann. Da hat eine kleine Trivia am Rande. Valentin saß da am Anfang, weil sein Rechner zu laut war und die gesamte Redaktion gestört hat. Und deswegen hat er gesagt, ja gut, dann setze ich mich mit meinem Rechner dorthin. Und das war dann ganz in Ordnung und alle hatten dann ein bisschen ihre Ruhe gehabt. Naja, und da drüben hat Gunnar sich auch mal versteckt bei, wo sind denn alle, als er die Perücke aufhatte und quasi getan hat, als wäre er jemand anderes. Da hat er sich als Britta verkleidet. Genau. Ein Geniestreich kann man nicht anders sagen. Ja, ansonsten, wie gesagt, ist mittlerweile hier nur noch Meetingraum. Genau. Genau, dann wie gesagt, da gibt es noch das kleine Kabuff. Ah, das ist natürlich auch interessant. Da drüben steht, WC außer Betrieb. Beim letzten Mal war das Ding noch in Betrieb. Das ist so eine On-Off-Beziehung anscheinend mit dem Ding. Ich hätte auch gedacht, dass du das WC meinst. Das war rammelt. Das ist voll unangenehm. Ja, ich weiß, also ich habe es ja auch beim letzten Mal erzählt, also als ich hier oben noch in der Redaktion war, war die Toilette dort noch offen. Und da ist irgendwann mal der Praktikant auf Toilette gegangen und hat die Tür nicht ganz zugemacht und geht mal rein und trifft natürlich den Praktikanten auf Klo. Ja. Ja gut, ist das nicht jedem schon mal passiert, dass man irgendwie vergessen hat, abzuschließen? Es ist aber auch sehr, sehr unangenehm und unschöner Ort für die Toilette, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte gerade sagen, man sitzt halt direkt im Büro drin, gefühlt. Stell dir mal vor, ihr habt den Arbeitsplatz hier, ihr setzt euch hier gemütlich hin, arbeitet bei euch hin und dort ist die Toilette. Und dann geht WIET da rein und sagt, richtig schön einen ab. Schade, schade. Ich nehme die nebenan, die ist viel besser. Oder die geheime im Keller. Na gut. Ah, jetzt hast du es ge... Die geheime im Keller ist die beste. Nein, nein, es gibt ja noch eine andere. Es gibt zwei im Keller. Miriam hat mir erzählt, es gibt noch eine andere geheime Toilette. Die im Keller, die ist top tier, aber es gibt noch eine viel, viel bessere, wo niemand weiß, dass sie da ist. Na gut. Irgendwann, irgendwann zeige ich sie euch. Ich will die auch immer sehen, also... Nein, 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 dann ist sie ja nicht mehr... Also würde ich irgendwie zwei Meter weiter laufen, ich finde die Klos hier schon okay, die in meinem Bereich... Wirklich? Na ja. Ja gut. Ja gut. Ihr habt es dann gehört. Nicht so schlimm wie Dixikos. Genau, jetzt gehen wir einmal wieder ganz nach unten. Bitte schön. Nee, nee, jetzt gehen wir nicht die 15 alle. Wir gehen jetzt erstmal unten in die Redaktion. Achso, und ich habe wieder keinen Schlüssel, aber ich kann klopfen. Ah, nur Gimbal. Ja, ja, ich warte doch auf vier. Hier sehen alle beschäftigt aus. Ah, du brauchst einen Schlüssel, ne? Ja, war vielleicht auch dumm, meinen nicht mitzunehmen. Ja, ich kann sonst auch die Schlüssel nehmen. Ah, warte, ich habe doch schon. Achso, der ist angekettet auch noch. Genau, jetzt kommen wir in die Redaktion. Achtung, Führung. Hallo, ja, grüßt euch doch mal. Kommt alle rein, kommt alle rein. Hallo. Hi. Hallo. Kommt da noch jemand? Nein, gehört der zu uns? Ah ja. Ja, schaut mal, wer da kommt. Hallo. Genau, hier sind wir in der Redaktion. Hier wird kreativ sich zusammengesetzt und geschaut, was wir für coole Shows als nächstes machen. Da rauchen immer die kreativen Köpfe. Genau, teilweise sitzt hier auch das Artist Management, Social Media. Also da hinten ist mein Platz mit dem Pokémon-Plüstern vorgestellt, klar. Das ist Sam's. Genau, und hier wird gecallt und gebrainstormt und gearbeitet. Wir können mal fragen, was die Leute so machen. Genau, wer will anfangen? Timo! Du warst doch gerade oben noch bei Game 2. Ja genau, ich war ja gerade noch bei Game 2. Also ich mache gar nicht mehr viel. Nee, du bleibst schön hier. Doch, du bleibst schön hier. Ich habe es kaum mal gemacht, jetzt schicke ich einfach nur noch mal. Dann sag du erst, was du machst. Ein armes Kuro. Oh, oh, hat da jemand Ärger? Ich mache jetzt nicht mehr viel. Ich checke nur noch mal meine Sachen durch und gehe gleich in Feierabend. Aber ich drehe auch schon acht Stunden, also ich darf das auch. Naja, das ist übrigens Timo, der ist bei uns auch Redakteur und hat offensichtlich heute keinen Bock mehr. Aber Johanna kann noch betrachten, was er jetzt noch macht, oder? Kleiner Spaß. Timo arbeitet dann gleich zum Feierabend. Hallo, es ist gleich Feierabend. Ich weiß nicht, ob die Leute euch das schon gesagt haben, aber wir gehen gleich schön nach Hause. Was, was, wir gehen gleich schön saufen? Nein, nach Hause. Ach so, gleich. Sorry, mach da Gewohnheit. Hallo, ich bin Johanna. Ich plane gerade die nächsten Freitage. Die Show ist ja meistens Freitags-Item, wo wir was Schönes machen. Und ich plane außerdem noch ein Löffelmesser Gäbel. Wo ist das diesmal? Ja, wir wollten ja eigentlich mit Hauke Snacks machen, Snacks aus Japan, die er mitgebracht hat. Aber dann ging das leider nicht, mussten wir ausfallen lassen. Deswegen suche ich jetzt was anderes. Also entweder testet Colin alleine die Snacks aus Japan oder wir switchen nochmal um. Muss ich nochmal gucken. Je nachdem wann. Vorschläge gerne an Johanna. Vorschläge immer gerne an mich und sonst vielleicht, mein Gott, wann wird Haukes nächstes Mal da sein? In drei, vier Jahren, mein Gott. Das wird sich ja wohl so lange halten. Ja. So ist. Und heute haben wir viel Du bist aufgezeichnet. Und ansonsten... Ja. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir kommen auch. Was schaut ihr gerne auf Rocket Beans TV? Was ist so euer Ding? Na, jetzt war ich erstmal die Frage. Ah, ja, ja, ja. Gegenfrage. Was kommt ihr denn so? Was kommt ihr denn so? Was sind so eure Fragen? Die gucken von Rocket Beans TV. Game 2, Game Talk, Office Daily. Oh, ja, ja, ja. Gut, 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 gut. Pin and Paper. Ja, na klar. Diese Woche. Spiele mit Bart. Spiele mit Bart haben wir hier. Ja, ja. Na, na, na. Nein, nein, nein. Das gucken wir nicht mehr. Die ganzen Fight-Formate. Oh, die Fight-Formate. Gut, gut, gut. Auch sehr gut. Ja. Wilder Mix auf jeden Fall dabei. So, wen haben wir noch? Andreas ist im Call. Andreas ist im Call, ne? Ist Steffen auch im Call? Ich bin nicht im Call, aber ich bin ihn gespannen. Oh, ja. Doch, 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 doch. Du kommst auch noch dran. Dankeschön. Praktikant in der Redaktion, wo wir uns ja gerade befinden. Dennis, dein Name. Genau, danke. Stimmt. Dennis, heiße ich. Kannst du mal drauf filmen hier? Darf ich? Ja. Geht um Gloom City. Da soll demnächst ein neuer Teil kommen vom Adventure-Abend. Und wenn du mal genau hinschaust, der da, der ist auch da hinten. Das ist doch der besten Mann. Der ist da hinten auch. Ich gönne den aus dem Fernsehen. Vorsicht, jetzt kommt er. Andreas. Ach so, ich bin schon voll weit, Andreas. Wie weit bist du? Was sind deine Ideen? Also ich hab mir gedacht, ich mach ein Recap aus deiner Perspektive. Und du bist der Hauptcharakter. Ja. Ich bräuchte halt dann nochmal deine Stimme, dass du das einsprechen könntest. Ja. Kannst du Esther da rausnehmen aus dem Shot? Ja, ja, klar. Da bin ich schon dabei. Die Leute wollen mehr. Denk ich auch, denk ich auch, ja. Hier, nimm doch mal hier. Was ist das? Das Mikrofon. Hallo? Hey, hallo. Mit wem spreche ich? Die Polizei. Die sind verhaftet. Für was genau? Es gibt genug Gründe. Aber was ist es jetzt letztendlich? Sie missbrauchen den Praktikanten, um sich selbst gut in Szene zu setzen. Nicht nach dem Verb schneiden, bitte. Ich bin heute die Rolltreppe am Jungfernstieg hochgefahren und vor mir war eine Frau, die den Polizisten in Amtsuniform beleidigt hat, mehrfach am Stück. Oh, was hat sie gesagt? Darfst du das sagen? Sie hat in der U-Bahn-Station geraucht, was natürlich ein absolutes No-Go geht für so einen Nichtraucherbahnfahrer wie mich. Und dann hat sie das F-Wort gesagt. Florentin. Ja, und der Polizist, ich dachte, er greift hart durch, aber er hat fünfe gerade sein lassen in dem Fall. Ja, er ist auch ein Kindelfan. Und ehrlich gesagt, ich hätte es gerne gesehen, dass da ein bisschen durchgegriffen wird. Na, ich rauche ja immer von einer Bahn, also ich kann da gar nichts sagen. Du hast keine Zivilcourage gewiesen. Sollte ich dem Polizisten helfen in der Situation? Ich glaube, es ist nicht. Ja, also, das ist doch die einzige richtige... Nee, ich habe das gemacht, was man halt macht, nämlich weggeschaut in dieser Situation. Nee, Spaß. Ich habe das beobachtet und fand das mutig. Also morgens direkt angepöbelt zu werden, das kennst du natürlich hier in der Redaktion, aber in der Bahn, finde ich, geht das gar nicht. Hey, danke für den Einblick aus deinem Privatleben. Du hast hier übrigens die ganze Zeit so ein Haar hängen, das macht mich mega. Pack das wieder zurück. Scheiße, meine Barthaare. Wem gebe ich das jetzt? Das kannst du mir wiedergeben. Ach nee, nee, ich habe meins hier. Gut, nee, ich wollte beide haben, mein Gott. Recaps geschnitten, oder? Genau. Geschnitten und Stimme war auch von mir, weil sich das einige gefragt haben. Wurde eben gefragt, deswegen. Ah ja, okay. Genau, wenn ihr ein Foto mit Andreas oder Johanna oder so machen wollt, dann sagt Bescheid. Die freuen sich nämlich immer auch mega doll, wenn man sie fragt. Hättet ihr eben auch bei Game Two machen können, hätten wir vielleicht sagen sollen. Ja, stimmt. Da war ein Budi dabei. Wir gehen nochmal zurück. Wir gehen nochmal zurück. Ja, also, das ist eure Chance. Ich sage es ja nur, mein Gott. Guck mal, wie Johanna sich freut. Andreas! Willst du? Ja. Hier, wo du den Menschen da antworten? Ja. Weil du ein windiger Typ bist. Ich wollte was Ähnliches sagen, das stimmt. Dankeschön. Ich danke dir. Sehr gerne. Es gibt einen großen Fotograf. Ich sehe das schon. Eigenes Eure. Nur für dich. Dürfen alle mal. Ja, du musst jetzt nicht auf die Vidi da das Foto, da ist doch ein bisschen, gibt dir noch ein bisschen Privatsphärbung. Das ist eine schöne Erinnerung. Oh, Actionfoto, Actionfoto, ja, ja, ja. Einsatz. Nice. Maximum Effort. Ja, eben. Ja, klar. Andreas. Ich gehe mal, Andreas. Ah, okay. Ich werde immer von den hier raus. Wollt ihr eine Actionfose? Eine Actionfose. Das ist dann. Jawohl. Als ob Andreas keine Actionpose kann. Okay. Cool. Du hast nur für diesen Moment gearbeitet, ne? Ja. Also, in dem Sinne, ne? Ja, ja, call du mal weiter. Ist noch ein Call? Oder haben wir dich da gerade rausgehalten? Nee, das ist vorbei. Ich dachte schon, wir haben dich aus dem Call geholt. Ach so, das ist vorbei. Tschüss, viel Spaß. Ciao. Ciao. Tschüss, tschüss, tschüss. Falls ihr euch ein Spiel von du bist, mitnehmen wollt. Ja, ja, genau. Ja, ja, nehmt euch ein paar Spiele mit. Es ist schon leider sehr ausgegrast, aber wir haben noch ein paar Spiele zu verschenken, wenn ihr möchtet. Gibt es irgendwas, was wir überhaupt spielen? Also, keine Scheu. Ist halt natürlich ein bisschen groß zum Transportieren, die restlichen Schachteln, die hier rumliegen. Ja. Na ja, ist nur ein Angebot. Okay, dann tschüss, Redaktion. Tschüss. Ciao. Bis gleich. Genau, wir gehen einmal nach... Schön, wir alle noch mal winken. Genau, wir gehen einmal nach draußen. Kurz frische Luft schnappen. Denn wir gehen jetzt rüber in die 15. Und das ist das einzige Haus, das nicht verbunden ist. Das heißt, auch im strömenden Regen, wenn irgendeine Show ist, müssen wir hier leider einmal vom Regen in die Traufe. Aber Sam... Ja? Weißt du, ich habe noch einen Schlüssel für den Garten. Oh, den habe ich zum Beispiel nicht. Wieso hast du einen Gartenschlüssel? Weil ich der Hausmeister bin. Kriege ich einen Gartenschlüssel her? Ich will so gerne einen. Ähm, du musst lange genug hier arbeiten. Nee, Johanna hat ganz am Anfang sich schon einen geklaut. Und du musst einfach hoffen, dass jemand es vergisst, dir den zu übergeben. Ja, das glaube ich nämlich auch. So funktioniert es. Aber ich hatte ja noch nie einen in der Hand. Darf ich deinen haben? Darfst du den kurz benutzen? Nee. Willst du sehen wie das? Das ist mir dann auch zu blöd. Du kannst schön selber auch machen. Du willst meinen Schlüssel nicht anfassen? Doch. Nein. Oh, hier, willst du dazu was erzählen? Wozu? Eine Bücherschranke. Ach so. Ich dachte kurz, du wärst auf unseren schäbigen Fahrrädern. Aber ja, klar. Aber ich weiß nicht, was man dazu erzählt. Wer hat den gemacht? Die Requisite? Ja, die Requisite. Die Requisite hat den gebastelt. Und hier stellen wir immer Sachen rein. Bücher, die aussortiert sind. Und da geht immer gut was rein und raus. Also wenn ihr ein Buch haben wollt, könnt ihr da mal reinschreiben. Oder spenden wollt. Das ist auch okay. Wir haben hier auch einen Kaugummi-Automat. Den, da muss man auch sagen, wir haben hier gegenüber eine Schule. Und die Kiddies, die kamen hier immer rüber und dachten, das ist halt geil. Ein Automat, holen sich immer Kaugummi. War zu Anfang auch umsonst. Die haben sich dann die ganzen Sachen rausgeholt, den Müll aber hier liegen gelassen. Und dann dachten wir so, okay, da müssen wir vielleicht doch Geld verlangen. Naja, aber letztens haben wir es nochmal aufgefüllt mit Empfehlungen von uns. Spotify-Songlist und so weiter. Buchempfehlungen, Videos, jeder konnte, da stand da der Name, von wem das ist, warum das cool ist. Und jeder konnte eine Empfehlung abgeben, dass man sich so reinfahren kann. Fand ich eigentlich auch ganz süß. Haben wir alle? Nein. Nee, 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 gar keinen Stress. Achso, ja, wie gesagt, da kannst du ja nachher nochmal schön vorbeischauen, nimm was mit. Oh, das ist von Nerds & Hörts, das habe ich zur Zubereitung von Kohlrouladen benutzt. Warum steht das hier rum? Das würde ich gerne zu Hause essen. Naja, egal. Wir sind im Garten. Den kennt ihr wahrscheinlich auch aus einigen älteren Sachen. Hier haben wir auch öfter mal Sachen gedreht. Hier auf dem Ding ist auch mal Wehrwolf gewesen, als wir das draußen gemacht haben. Bundesliga im Sommer wurde da auch mal aufgezeichnet oder nicht aufgezeichnet. Nach Haus an Haus war da auch die Moderation. Nachdem alle übernächtigt waren, saßen die frischen Moderatoren da schön in der Sonne, falls du dich vielleicht erinnerst. Und hier auch Sommerfest 2015 und 2016 wurden hier auch gemacht. Da gab es hier noch die Sviva con Agua. Sommerfest wurde auch hier gemacht. Der Container, der ist ja auch erst seit einigen Jahren dazugekommen. Da sind dann auch noch sehr viele Sachen, Requisite, Sets und so weiter und so fort. Also wir haben hier ein bisschen mehr Platz gehabt. Oh, Flohmarkt war doch hier auch mal zum Beispiel. Flohmarkt war hier auch, genau. Also Leute, die vor dem Flohmarkt hier waren, da gab es das hier. Und offensichtlich haben wir hier gerade eine komplette Marienkäferplage. Was geht denn eigentlich ab? Okay, der Herbst kommt. Das ist ja wirklich einfach nur krank. Und dann wird hier ab und zu auch gegrillt und so im Sommer. Finde ich auch immer sehr schön. Ja, also auch Meetings draußen. Stimmt, Meetings, Games-Meeting, Show-Meeting findet oft hier statt, wenn es nicht so eklig ist wie heute. Also schon sehr angenehm, hier draußen auch mal zu arbeiten. Da oben, kleiner Teaser, da nach oben, da ist dann das Cutterbüro von Anne und Belle. Da können wir gleich auch noch mal hingehen. Und hier ist der Hintereingang-Ausgang für das Studio, was wir gleich sehen. Also ich weiß nicht, wann wurde das da schon mal gezeigt? Ich glaube, beim Geburtstag dieses Jahr, da gab es doch so eine Kamera. Oh ja, da sind die Leute immer reingekommen. Genau, da war dann auch die Webcam und hat dann auch dahin gezeigt. Aber wir gehen von vornherein, oder? Wir gehen von vornherein. Gut. Ich schließe hier nochmal ab. Okay. Abgeschlossen. Jetzt muss ich wieder, ne? Ja. Tja. Aber das ist mir auch ganz lieb, weil der spinnt gerade ein bisschen, der Türsummer. Du musst vorsichtiger sein. Ich weiß, wie ein Tresor. Seitdem Fabian mir das erklärt hat, kriege ich es auch hin. Sam hat einfach keine... kein Gefühl. Nee, Eisprinzessin. Was soll ich sagen? Tja. Genau, so rein geht es in die 15, kommt hier rein. Und warum hier ist es rein? Ja, können wir ja mal alles gut zeigen. Aber im Endeffekt sind hier halt Büros. Hier ist Büro, Kaderbüro, Schnittbüro. Hier sitzt unser Praktikant Henry von der Post-Production. Hier sitzt Olli. Ja, was wurde hier auch schon mal gedreht? Beef, Beef. Die Beef, einige Beef-Einspieler. Hier wurde auch Beef geschnitten und so. Überwiegend. Ja. Genau, die K-Pop-Wand. Das ist Ollis Verdienst ganz alleine, da haben wir nichts mit am Hut. Die habe ich mitgebracht aus Korea. Ja. Oh, krass. Wusste ich auch noch nicht. Naja, die waren so günstig. Ich habe die alle mitgenommen und dachte so, ey, wir müssen deine Wand ein bisschen pimpen. Wir müssen mal ein bisschen dekorieren. Ja, Mann. So eine Presentation. Geil. Ja. Genau. Würde ich sagen, gehen wir weiter, oder? Hast du noch einen Fun-Fact? Im Moment nicht. Gut. Aber hier sind noch sehr viele Requisiten aus den Anfängen von Rocket Beans TV. Also wir sehen hier das Call of Duty Black Ops 3 Turnier, was glaube ich im Jahr 2015 stattfand. Street Fighter 5 Turnier, wie ihr mittlerweile Street Fighter 6 mitbekommen habt. Das war ja auch Anfang 2016. Also sehr, sehr viele Sachen aus älterer Zeit. Genau, da ist noch ein Büro. Technology sitzt hier ab und zu. Aber ist jetzt auch nicht so spannend, würde ich mal behaupten. Gut, hier ist es stockduster. Ich gucke mal kurz, ob ich einen Lichtschalter finde. Hier ist das Büro von René. Da saß auch 18. Aha. So. Jetzt könnt ihr, glaube ich, gefahrenlos reinkommen. Jetzt geht es in die 15. Das wieder aus. Ja, es ist ja praktisch, dass gerade Du bist aufgezeichnet wurde, ne? Genau, das ist das Studio 15. Unsere größte Fläche, die wir so an Studio haben, würde ich jetzt mal behaupten. Das hier ist die Du bist-Ecke. Die bleibt meistens auch, wie sie ist. Da haben wir heute zwei Folgen aufgezeichnet. Man sieht es vielleicht... Bei der einen, ja. Was wurde gespielt? Das Spiel von Sebastian Fitzek. Wie heißt denn das nochmal? Äh, Safe House. Das war auch richtig cool. Hat Spaß gemacht. Ist ja nicht ein Auto. Genau. Ja, ja, genau. Und der hat, da kommt auch irgendwie, das läuft über so eine App, wo die Zeit abläuft und man vor einem Mörder wegrennen muss. Und der labert dann auch ab und zu mal dazwischen, hat das selber eingesprochen. Und genau, das wird gegen Ende des Monats rauskommen. Bisschen gruselig. Haben wir es auch dekoriert gehabt, weil da ist ja Halloween. Ähm, genau. Und hier drüben ist aktuell schon das Set für Moral and Manor. Das war letzte Woche natürlich schon alles fertig aufgebaut. Wurde jetzt wieder ein bisschen zugerümpelt mit Deko-Kram, aber... Mini-Spoiler für euch, ne? Wieso? Ja, die haben es ja noch nicht gesehen gehabt. Jetzt sehen die es. Stimmt, das wurde ja... Die sind schon geil drin. Ja, stimmt. Ihr habt wirklich eine der seltenen Momente, wo man wirklich vor oder in einem Pen-and-Paper-Set stehen kann. Wirklich. Ich kann ja mal gucken, ob ich hier ein Lichter habe. Ja, genau, das wäre nämlich geil. Hier soll ich das halten und du guckst natürlich... Ich gucke mal, ja. Genau, und ansonsten könnt ihr euch natürlich auch gerne mal hier ins Dubu-Set setzen und ein Foto machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Oh, den habe ich schon probiert, genau. Genau, könnt ihr euch ein bisschen umschauen, rumlaufen, alles antatschen. Fühlt euch frei. Wie zu Hause. Nur nicht die Füße auf den Tisch. Dann kriege ich Ärger von der Requisite. Der Lichtschalter, das ist ja auch so ein Pain im WS, ne? Ja, wahrscheinlich muss das wieder über die Regie mit dem Tablet oder so. Ach, echt? Ne, ne? Ich habe den Schalter gedrückt, aber hat sich nichts getan. Ne. Schwierig. Ja, wie gesagt, meistens, die Regie hat halt ein Tablet da liegen, damit sie von da aus das ganze Licht und so weiter steuern kann, damit die nicht jedes Mal hier herren müssen, wenn irgendwas umgeschaltet werden muss. Was ja auch Sinn macht, aber wenn man mal kurz selber als normale Person, die nicht in der Regie arbeitet, das Licht anmachen will, wird es meistens schwierig, muss man ehrlich gestehen. Wirt versucht es nochmal. Er gibt alles. Ne. 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 Ja, es sind ja halt die ganzen Softboxen hier auch noch. Ja. Also, wir sehen es ja hier, das ist so ein Flip-Shoot-Ding. Das heißt, es wird alles über eine Steuerung da gemacht. Und ja, die Bücher da sind nicht echt. Hey, verrat das doch keinem. Das ist nur die Hälfte. Aber genau, das hat auch die Requisite gezaubert, die halt einfach nur mega krass ist, weil wie geil sieht das bitte aus. Genau. Ich frage mal die halbe Treppe, die da gemacht wird oder gezeigt wird, also irgendwie damit man andeuten kann, ja, das könnte irgendwie ein Keller. Die war ja sogar schon in den ganz alten Panel Papers drin. Ist immer dabei gewesen. Damals habe ich ja noch nicht mehr hier gearbeitet und dachte immer, wofür, also jetzt erst checke ich, dass diese Treppe nie wirklich existiert hat. Wow. Ja, genau. Und hier wird dann aufgezeichnet. Die Malide Setbaus. Genau. Seid ihr euch sicher, dass ihr da nicht nochmal euch reinsetzen wollt und ein Foto wollt? Irgendwie so. Ich kann da leider schlecht Licht machen, aber ja. Müsst ihr wissen. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit, genau. Mhm. Wollte ich nur kurz sagen. Wer ist das auf dem Porträt? Ich habe keine Ahnung. Was für ein Porträt? Der hier. Ach der. Naja, vielleicht ist das Herr Strauß? Wissen wir nicht. Andi Strauß? Nein. Alles fake. Alles fake. Bei Moralton Manor gibt es doch einen bösen Bösewicht. Naja. Herr Strauß. Herr Strauß. Ich dachte, Simon wäre der Bösewicht. Auch das. Ja, ja, klar. Der Schädel hier ist leider auch nicht. Gut, gut, gut. Dann gehen wir jetzt da die Treppe weiter hoch. Aber sonst kann ich hier noch sagen, hier wurden sonst auch einige Sendungen früher aufgezeichnet. Hier wurden auch Live-Shows gemacht. Das Monster Hunter Launch Event 2018 wurde hier, glaube ich, oder 2017. Dann hier Retro Club wurde da auch mal aufgezeichnet. Also, die Wand wurde sehr, sehr oft benutzt. Leisure Suit Larry haben die dort gespielt. Das Jugendzimmer wurde auch hier manchmal benutzt. Oder wurde auch hier manchmal benutzt. Ja, und auch sogar die früheren Pen & Papers waren noch in dem Eck, oder? Ja, waren auch noch. Genau. Also, wurde sehr schnell viel aufgebaut, abgebaut und umgebaut. Ja. Wie das immer so ist. Mal gucken, wie es in zwei Jahren aussah. Also, deswegen, ich hatte auch schon bei der letzten Führung gesagt, es ist immer was anderes dabei, wenn man nach wenigen Monaten wieder herkommt. Ja, das stimmt. Da ist kein Durchgang, da ist halt einfach nur die Werkstatt. Genau. Das ist das Reich von unserem Requisiteur Michi, der immer tolle Dinge zaubert. Ja, der ist wirklich ein Zauberer. Gut, dann gehen wir nochmal hoch, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, da ist auch noch ein Versteck gewesen, oder? Hatte sich da Simon nicht ein Versteck? Naja, ich glaube, da wollte Florentin mal was suchen, aber war nichts. Meistens ist das ja auch komplett zugeräumt. So, wollen wir jetzt mal hier warten? Ja. Ja. Ja, ne? Ich drehe, ich drehe, ich drehe, ich drehe, ich drehe, ich drehe. Ja, hier. Okay, okay, okay. So, das hier ist der Aufenthaltsraum mittlerweile für Gäste, für die Leute, die hier arbeiten. Also, wir sitzen hier, können essen, chillen, entspannen. Gäste, wenn die herkommen und in die 15 müssen oder dort ans Set, sitzen dann alle hier und warten. Läuft dann noch die Sendung manchmal dann dort direkt. Und was kann man hierzu sagen? Die Toilette, da ist schlecht. Sehr unangenehm, sehr, sehr unangenehm. Wenn Leute hier essen und dann jemand auf der Seite... Ach ja, und hier hat sich Guleo auch mal versteckt. Also, falls ihr noch den großen Plüsch-Guleo euch daran erinnert. Der war da immer in der Dusche und Danny DeVito war auch hier in der Dusche. Ja, der hat mich schon oft erschreckt, als er da noch stand, ey. Ja, also wir haben diese Pappaufstelle von Danny DeVito, von Jackie Chan, den Basketballspieler. Also, es sind so einige, die wir hier haben. Die haben uns schon ziemlich abgefuckt. Aber Danny DeVito stand auch einfach mal da. Also, du drehst dich um, gehst Trepp hoch und im Platz steht der Danny DeVito. Also, Danny DeVito, guter Mann, aber er kann nicht einfach überall stehen. Nein, bitte geh aus meiner Dusche raus. Ja, genau. Wollen wir erst mal da hin? Ja. Okay, gehst du? Ja. Genau, hier sind die Katakomben. aka die Katakobüros. Ist leider auch niemand mehr da heute. Ist leider auch wieder ein schwieriger Lichtalter. Niemand mehr da, ich kann auch mit Dima sprechen. Aha, guck mal, ich kann zaubern. Genau, hier wird geschnitten und Grafiken erstellt. Alles, was man sich vorstellen kann. Alles, was hier irgendwie bewegt, seht. Was sich irgendwie zwischen den Sendungen hin und her bewegt. Irgendwelche Logos, irgendwelche Bauchbinden. Wirklich alles wird hier from scratch zusammengeschustert. Und genau, auch viele Zeichnungen für die Pen & Paper Charaktere und so werden hier natürlich erstellt. Das sehen wir auch hier zum Beispiel. Genau. Bestes Paradebeispiel. Hier ist es auf jeden Fall auch. Genau, hier geht es auf jeden Fall sehr kreativ zu. Die können alle toll zeichnen und malen und zaubern da wirklich immer den geilsten Scheiß, den wir dann für unsere Sachen verwenden können. Also das ist wirklich der Hammer. Genau. Aber leider niemand da. Schade. Ja. Naja, gut, wir leben auch in einer Zeit, wo man solche Sachen auch überwiegend im Homeoffice machen kann. Ja, das stimmt. Deswegen. Aber letztes Mal war jemand da, als ich hier war. Und jetzt gehen wir hier ein. Das pinke Büro. Ach, das pinke Büro, ja klar. Das pinke Büro. Geht gerne alle vor. Naja, so pink ist es nicht. Es ist schon mehr pink als andere. Das ist das Büro von Belle und Anne. Das ist Belle, hier sitzt Anne. Ja, also Belle hat sich sehr gemütlich gemacht. Man merkt halt, sehr viel Zeit und Energie hier reingesteckt, um sich eine gesunde und schöne Arbeitsatmosphäre hier aufzubauen. Finde ich auch sehr cool. Hier hat sich Anne schön eingerichtet. Wird sofort einziehen, find's auch toll. Ja. Da hat man schon hier so ein bisschen Blizzard-lastig, ein bisschen RPG-lastig. Finde ich auch sehr cool. Oh, Ahsoka-Henkler, hab ich noch nicht gesehen. Ja, und hier war auch der Balkon, wo man hier von oben runterschauen kann. Auf unseren wunderschönen Garten. Der Garten. Kann man auch so sagen. Wir haben hier früher im Sommer gern abgehangen. Auch zum Teil dann hier oben auf dem Dach. Und dann hieß es plötzlich vom Arbeitsschluss, Einsturzgefahr. Und seitdem hängen wir da nicht mehr ab. Genau, also dass ihr euch da zu 10 drauf traut, finde ich bedenklich. Nein, wir sind okay, aber da drüben auf dem Dach, was einfach kein Balkon ist. Nein, ihr seid sicher, sonst würden wir euch da nicht drauf lassen. Ja, Belle wird für immer hierbleiben, weil das kann keiner mehr auffallen. Ich würde das einfach übernehmen, so ist es nicht. Aber ich will natürlich, dass Belle bleibt, deswegen sage ich ja, auf jeden Fall. Und wer ist deine eigene Kaffeemaschine? Nur Belle, ne? Naja, die hat sie aber wahrscheinlich ja selber mitgebracht, oder? Ja, deswegen meine ich ja. Ja. Trotzdem. Genau, wolltest du noch... Hopp. Ja. Eine Talkshow auf dem Dach, das wäre doch toll. Ja. Die DuckTales. Ach, wir gehen jetzt noch rüber. Wir gehen jetzt rüber. Alter, sind wir in Osteuropa angekommen? Der Teppich hängt jetzt. Oha. Hallo, hallo. Ach ja, hier ist auch niemand. Da ist jemand. Oh, da ist jemand. Da ist jemand, das Spaßbüro. Wollen wir gleich zum Spaßbüro, oder? Ja, wir gehen erst mal zum Spaßbüro. Hallo. Wir haben hier gerade eine Führung und haben gesehen, dass im Spaßbüro noch Licht brennt. Da wollten wir mal fragen, ob du erzählen magst, was du gerade so machst oder was du allgemein hier bei Rocket Beans so machst. Ich wurde das schon mal gefragt in so einer Sendung mit einem Haufen Boden drin. Spaß mit Kalendern. Nein, ich schraube gerade am MGMT, also an unserem internen Management Tool für alle Produktionen, alles, was wir mal gemacht haben, alles, was wir machen werden und wann und wo und wer und so weiter. Damit das noch besser wird. Natürlich. Ach nee, ich wollte es verschlechtern. Ja, heute mal. Steht aber auch bei mir auf der Bodenseite. Ich tausche andere Bugs gegen meine Bugs. Ja, das Programmiererleiten wahrscheinlich. Absolut. Gucken und Trainer. Wachs tauschen. Oh, nice. Sehr gut, sehr gut. Doom habt ihr gerade verpasst. Oh. Sonst gäbe es noch irgendwas Hübsches. Der macht mehr Fronte, da kann man mehr zuschauen. Bei mir ist immer nur grauer Bildschirm und viel Text. Naja, aber ihr habt auf jeden Fall die geilsten Setups, würde ich sagen, mit euren vielen Bildschirmen. Das ist natürlich mega geil. Ja. Vier Bildschirme. Bei Tobi muss man aufpassen, da könnte man schon denken, man ist in der Börse. Ja. Der macht das parallel. Nebenbei hat noch ein Monitor über. Schön die Bitcoins. Alles klar, danke dir. Aha. Okay, dann zum nächsten Mal. Ja, danke dir und wir schauen noch mal weiter. Danke. Komm, Florentin-Set, wie war es damit? Ja, wir gehen noch mal überall rein, das ist ja wohl klar. Genau. Oh ja, hier sieht es natürlich wild aus. Hier haben wir eine winzig kleine Tonkabine. Ihr könnt ja mal zumindest einmal kurz reinluren. Da hat man gerade gemerkt, Leute konnten nicht glauben, dass es ein Set ist, beziehungsweise dass Florentin hier drin sitzt. Warte, ich gehe mal kurz raus, dann kannst du vernünftig... Das hier war auch für Eierkartons. Wir haben aufgepferd. Also man kann auch Eierkartons benutzen, aber das sieht natürlich viel schöner aus. Genau, wenn Florentin streamt, man sieht es ja in dem Hintergrund, dann sitzt er da in seinem Mini-Kabuff mit seinem kleinen Toast, plüscht hier. Ja, setzt euch doch alle rein. Genau, kann man hier Licht machen. Schickt ihm die Fotos, sagt, hey, ich weiß, wo du streamst. Nein, bitte nicht solche creepy Sachen machen. Ist das creepy? Hä? Oh, ich dachte, das wäre so... Nett? Ja. Oh, ich weiß, wo du wohnst und was du heute anders hast. Nein, wo du streamst. Ja, also hier war früher auch eine Tonkabine. Hier ist noch eine Tonkabine. Hier ist immer noch die Tonkabine. Ja, ansonsten war ich eigentlich einen Abstellraum, aber dann haben wir draußen eine Tonkabine gebaut, weil die andere Tonkabine dann von Game 2 mitgenommen wurde. Und ja, jetzt ist das das Set von Florentin. Ist doch ziemlich schick. Also im Sommer ein bisschen pain in the ass, gebe ich offen zu. Aber sonst ist es ziemlich schick. Also den Ausschnitt, den man im Stream sieht, da sieht es wirklich richtig toll aus. Kann man nicht anders sagen. Man sieht ja nicht so. Jetzt so würde ich sagen, naja, gut. Genau, wie gesagt, wer Fotos machen möchte, denn hier ist noch der Raum von Simon, wenn er mal wieder in Hamburg ist und streamt. Hat er hier noch sein Setup stehen. Genau, das ist ein Streamingraum. Kann natürlich auch als Meetingraum etc. pp. momentan benutzt werden, wenn er gerade nicht da ist. Also ihr seht ja meistens das Set immer aus der Perspektive, wo die Kamera ist. Also in die Richtung. Und da hängen dann auch seine ganzen Bilder. Oh ja, und das ist der Kopf von Ricarda, den sie gebastelt hat. Der Film hat. Ja. Genau. Wurde in Spiele mit Bart geöffnet. Gabriel Knight, die hat es ja auch auf Gamescom gehabt. Da sagt man, ich will sie mir den Kopf sehen. Ich sag, was für ein Kopf. Und dann holt sie den Kopf aus der Tüde und so, steck den da wieder rein. Steck den da wieder rein. Ja. Genau. Das haben wir hier. Der Saumbalkon. Sehr gemütlich. Ich gehe schon mal im Handy gucken, ob ich da das Licht anbekomme. Ah ja, es kann auch sein, dass die Sicherung rausfiegt. Da hatten Bella und ich beim letzten Mal das Problem gehabt. Alle Lichtschalter eingehabt und dann feststellen müssen, das geht nicht an. Ah, geht. Sieht doch ganz gut aus. Na, alles aus. Haha. Genau, das ist das Hangy. Spiele mit Bart wird hier unter anderem gemacht. Jedes Mal, wenn wir irgendwie ein kleines Let's Play haben, wird hier schön gezockt. Das ist auch frisch umgebaut. Vorher hatten wir hier quasi diesen großen Tresen, wo dann zwei PCs standen. Und jetzt machen wir das ja über diese Platte hier, wenn dann mit PC und Maus gespielt werden soll. Aber wir versuchen es natürlich dann mit Controller zu machen. Nennen die Dinger Couchmaster, falls ihr die auch suchen möchtet. Genau. Also, hier wird wild gestreamt. Meistens irgendwelche schönen Couch-Koop-Sachen. Feel free, wenn ihr Fotos machen wollt. Ich habe es sogar geschafft, die ganzen Leuchtedinger anzumachen. Wie geil ist es denn eigentlich? Hier haben wir auf Fae Farm gespielt. War ein tolles Spiel, ne? Oh ja, Fae Farm war richtig. Das war schön. Ja, ihr macht gerne Fotos. Kein Problem. Wie gesagt, drüben ist auch noch Licht an. Ihr könnt jetzt überall noch mal ein paar Fotos machen. Ich gehe nochmal hier mit dem Chat rein. Ich gehe das mal an. Das ist Florentins Setup. Oh, er hat hier ein ganz krasses Lenkrad. Ich weiß, Florentin hat ein krasses Lenkrad, aber ich wusste nicht, was es ist. Aber das sieht ziemlich cool aus. Frostmaster. Naja, nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. Hier brauchen wir auch demnächst mal so ein Drifting-Game-Spiel, was so Nischel-D-mäßig ist. Schau. Hier steht sogar Hangy. Alter, das ist neu. Das ist alles neu. Ja, stimmt. Das ist die ganzen Sachen. Studio 11 steht jetzt auch vorne an der Tür. Ich finde es eigentlich sehr, sehr schön mittlerweile. Also früher fand ich es auch cool, auf seine Art und Weise. Aber ich finde das hier ein bisschen, wie soll ich sagen, gemütlicher. Ja, auf jeden. Also früher mit dem Fritz-Cola-Branding im Hintergrund und so. Das sah schon cool aus. Und auch im Kühlschrank. Ach Gott. Also wir müssen mal bedenken. Da war immer ein Fritz-Cola-Kühlschrank, der voll war. Und die Leute sind dann gern hier reingegangen. Ja, ich mach doch mal kurz eine Sendung. Ja, ihr wollt doch nur eine Cola haben. Im Sommer sehr beliebter Raum auch, weil gut klimatisiert. Oh, wirklich, die Klimaanlage hier ist ein Traum. Habe ich noch nie erlebt, sowas Geiles. Barschbüro und kreilisch. Ah, und das ist auch eine schöne Geschichte. Seht ihr die Löcher da in der Wand, hinten? Da hing mal ein Fernseher und dann musst du mir feststellen, ja, die Wand ist vielleicht doch nicht so stabil, der halbe Fernseher hing dann da so runter. Ups. Ja, ja, ja. Na ja, passiert dem Essen, oder? Man lernt daraus, man lernt daraus. Aber der Fernseher, der war high. Also nichts passiert. Nicht so wie der Fernseher von Simon, den er zerstört hatte, weil er aus Versehen, aus Wut, ein Gamepad gegen geworfen hat. Ah, das passiert den Besten. Ja, das hier ist... So, wir sind jetzt in Antons Spaßbüro, also unser Channelmanagement. Hier werden die ganzen Uploads von den YouTube-Sendungen oder für die YouTube-Kanäle gemacht. Game 2, Rocket Beans, Rocket Beans Gaming, Rocket Beans Let's Play, Kino Plus, etc. Genau, Anton und Leonie und Anja, die jetzt inzwischen dazugekommen sind, damit der arme Anton das nicht mehr ganz alleine macht. Die sind dafür verantwortlich, wenn die Sendung durch ist, schneiden die das Video noch schnell zu, machen ein Thumbnail. Also wenn alle anderen Feierabend haben und schlafen gehen können, dann sitzen die noch da und sehen zu, dass das alles möglichst schnell ready für euch ist, damit ihr das als Beauty dann auch schauen könnt. Genau. Und da ist noch der Serverraum. Ja. Ja. Kamera, Gimmelsack, ich bin müde. Gimmelsack 9. Gimmelsack, bin müde. Gimbel müde, Gimbel schlafen. Gimbel wieder strong. Ach so, machst du mal kurz? Ich mache hier noch die Lichter wieder aus. Bitte? Wohin? Ja, wieder. Ich mache nur die Lichter aus. Ja, mach die Lichter aus. Hier könnt ihr sehen, wie Sam Licht aussieht. Toll, ne? Einfach nur Hammer, wie ich mich mit der Technik auskenne. Technik, Sam. Genau, und ich würde sagen, im Großen und Ganzen war es das eigentlich auch schon. Wir können ja nochmal wieder vor die 15 gehen. Ja, das können wir machen. Und dann haben wir es eigentlich. Tschüss. Ihr geht da raus. Ich mache hier nur schnell das Licht aus. Oh, hast du mal Licht ausgemacht? Yes. Sehr gut. Nicht, dass es noch Ärger gibt. Nicht, dass es noch Ärger gibt. Danke schön. Na klaro. Ja genau, und das war es eigentlich so ziemlich. Sam, warte, wir müssen noch was machen. Hier, Foto. Ja, Foto. Genau, aber das würde ich sagen, wenn du den Stream abmoderiert hast, oder? Ja, mache ich gleich. Ja, mache ich gleich. Okay. Genau. Alles klar. Dann gehen wir nochmal kurz. Warte, vor die 15 Uhr kurz abmoderieren. Was jetzt? Wollt ihr noch kurz mit elf, oder was? Nö, ich dachte, also wir machen eigentlich schon mal hier die Fotos. Okay, gut. Dann machen wir kurz die Abmoderation. Hallo, danke schön nochmal, dass ihr alle dabei wart. Dankeschön. Mega nice. Ihr wart ein fantastisches Publikum, beziehungsweise fantastische Gäste, die hier mit dabei gewesen sind. Ja, die auch einen kleinen Applaus von Game2 bekommen haben. Also das ist schon unnötig. Ja, ihr bekommt hier nicht jede Gruppe. Wirklich. Danke schön, Sam. Das war deine erste Führung, ne? Ja. Hat sie gut gemacht, oder? Ich hoffe, ich habe es ganz okay gemacht. Das ist mir eine gute Gewertung da. Ja, genau. Schreibt auf Yelp, wie es war. Ja. Ich weiß nicht. Kommt gerne nochmal wieder vorbei. Kommt nochmal vorbei. Und ich mache nochmal die Abmoderation. Genau. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Hey, danke, Wirt, dass du dabei warst. Wuhu. Dankeschön. Dankeschön. Und hoffentlich bin ich dann das nächste Mal. Ich weiß nicht. Vielleicht nur nochmal in ein paar Monaten nochmal so eine Führung. Dann sieht wieder alles anders aus. Also wenn ihr euch die alte Führung von vor vier Monaten anschaut, dann merkt ihr, da hat sich schon einiges getan. Vor ein paar Monaten war es noch so, da haben einige noch eine Maske getragen, weil das ja noch so ein bisschen problematisch war. Wegen Corona etc. Aber mittlerweile sind wir sehr entspannt damit. Und das hat sich auch einiges hier und da getan mit den Studios. Deswegen, ja. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr es findet. Und ihr könnt euch natürlich jederzeit bei Rocket Beans melden für eine Führung. Wo muss man sich nochmal melden? Auf der Website steht das auf jeden Fall alles irgendwo. Auf der Rocket Beans Website. Da müsste ein Tool sein, wo man sich einfach eintragen kann sogar. Genau. Wir machen jeden Tag Führung. Das heißt, ihr habt jeden Tag fast jeden Tag Führung. Also ihr meldet euch an. Ihr könnt dann schauen, wann es geht. Und die starten dann immer um 17 Uhr. Genau. Also wenn ihr in Hamburg seid, schreibt uns gerne an. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, dann hier dabei zu sein. Wir rotieren auch immer schön durch. Wer dann gerade die Führung macht und wer nicht. Deswegen, das kann natürlich sein, dass mal Matthias das macht. Das kann natürlich dann auch mal sein, dass ein Gender-Führung macht. Oder vielleicht haben wir schon mal einen Andreas Lynch gehört. Vielleicht macht es mal einen Andreas Lynch. Vielleicht zwingen wir den mal ein bisschen hier. Ja, warum nicht? Also, ansonsten, danke schön und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.